Onkel, hast du da wirklich noch Joghurt mit dran gemacht? Ja, na klar, guck mal, was das für eine geile grüne Wiese ist. Das gefällt mir ja. Austrinken? Ja man, austrinken. Ah, den ersten Becher auf Ecks. Kein Zucker dran, kein ja nichts. Kommt schon ein bisschen prall. Gott sei Dank sind die Früchte dran. Ja, der Ingwer, der Ingwer, der macht das. Mann, Onkel, deine Stimme ist ja so nasal. Ja man, nasal. 2018 das letzte Mal eine Erkältung gehabt. Ich habe gestern im Garten mit dem kalten Wasser rumgesprengelt bei 17 Grad. Aber egal, ich stelle mich der Herausforderung. Onkel, das hier ist eine Hineinforderung. Ja, aber ich möchte das. Onkel, ja, kannst du keinen Saft machen, wie alle anderen auch? Muss dein Saft immer so krüttelig sein? Ja man, krüttelig, so wie ich selber. Also sag, was ist da drinne? Siehste doch. Mispel, Limette, Jans mit Schale, Zitrone, Petersilie, Ingwer. Ja, es kratzt irgendwie im Halt. Was soll's. Na denn, Energie.